Wenn du jemanden suchst, der für dich deinen Rasen mäht, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Mährobotern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen? Schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Praktixix Mähroboter. Was mich wirklich beeindruckt, ist seine Schnittbreite von 180 mm und die stufenlos einstellbare Schnitthöhe von 20 bis 60 mm. Das bedeutet, dass er sich an deine Bedürfnisse und die Anforderungen deines Rasens anpassen kann. Und hey, er ist nicht nur effizient, sondern auch geräuscharm mit nur 62 Dezibel. Also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass er deine Ruhe stört. Aber das ist noch nicht alles. Der Praktix Mähroboter hat auch eine Kantenmähfunktion, die dafür sorgt, dass deine Rasenkanten sauber und ordentlich aussehen. Und die Steuerung per App über Wi-Fi oder Bluetooth macht die Bedienung wirklich einfach und bequem. Du kannst ihn sogar mit einer individuellen PIN schützen, um Diebstahl zu verhindern. Das ist doch wirklich praktisch, oder? Und weißt du, was das Beste ist? Er schafft Steigungen bis zu 35%. Das bedeutet, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, ob er mit den Herausforderungen deines Gartens zurechtkommt. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Roboter auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Ecovacs Goat Mähroboter. Schluss mit dem mühsamen Verlegen von Kabeln. Mit einem einfachen Klick in der App kannst du die Begrenzung deines Gartens drahtlos einstellen. Das bedeutet weniger Aufwand und mehr Effizienz für dich. Zweitens, das True Mapping Multifusions Lokalisierungssystem. Klingt kompliziert, oder? Aber im Grunde bedeutet es, dass dieser Mähroboter intelligenter ist als je zuvor. Mit Dual Vision Technologie und einer Kombination aus Ultrabreitband-Trägerwellenkommunikation, Inertial-Nagivation und GPS-Lokalisierung kann er deinen Garten perfekt mähen, ohne dabei durcheinander zu kommen. Drittens, die AIV-intelligente 3D-Hindernisvermeidung. Jetzt wird es wirklich cool. Dieser Mähroboter kann Hindernisse erkennen und ihnen ausweichen, ohne dass du eingreifen musst. Das bedeutet weniger Stress für dich und ein sichereres Mäherlebnis insgesamt. Und zu guter Letzt, das 16-Zonen-Management. Mit der Ecovacs App hast du die volle Kontrolle über deinen Garten. Du kannst Bereiche festlegen, den Mäher steuern und sogar Mähpläne erstellen, ohne einen Finger zu rühren. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Gardena Sileno Live Mähroboter, vorstellen. Stell dir vor, du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause, die Sonne scheint und dein Rasen ist bereits perfekt gemäht. Kein lästiges Hin- und Herschieben eines schweren Mähers mehr, keine lästigen Kabel, keine Unordnung. Der Gardena Sileno Live kümmert sich um alles. Was ich besonders liebe, sind die Präzisionsklingen dieses Mähroboters. Sie schneiden das Gras so sauber ab, dass du dich fragen wirst, ob es überhaupt gemäht wurde. Und das Beste ist, dass die Reinigung ein Kinderspiel ist. Ein einfacher Spritzer mit dem Gartenschlauch und schon ist der Mähroboter wieder einsatzbereit. Und weißt du, was das Beste ist? Dieser Mähroboter ist so leise, dass du ihn kaum bemerkst. Dank der Silent Drive Motoren kannst du deine Zeit im Garten in Ruhe genießen, ohne von lästigem Lärm gestört zu werden. Aber das ist noch nicht alles. Der Gardena Sileno Live verfügt über einen Programmassistenten, der dich durch ein intuitiv zu bedienendes Menü führt. Selbst wenn du kein Technikgenie bist, wirst du diesen Mähroboter problemlos einrichten und steuern können. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Mähroboter.